herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ich bin's afjork 1905 heute mit mit dem kontrollgebäude das ist ein level 90er living rebuilt also gebietsoperation und da werde ich euch wieder ein paar tipps und tricks zeigen wie man den eigentlich auch wie man gerade sieht nicht gerade mit den besten waffen also ohne lss mit der light job ohne die mit einer red dort wie man die auch so erledigen kann es gibt wieder ein paar coole tricks die werde ich euch dann noch genau zeigen und zum beispiel ein barrikaden trick der ist sehr sehr wichtig den werde ich dann wieder mit einem zeitstempel oder halt timestamps werde ich den wieder markieren dass ihr den gleich parat habt und auch zum endboss habe werde ich ein paar tipps und tricks zeigen wie man die am besten besiegt und was dafür tipps und tricks gibt es natürlich erst die arme von dem endboss down machen und danach den kopf da gibt es auch wieder ein paar ecken wo man fast kein schaden abbekommt und es ist jetzt gerade wichtig wenn man gerade die haltbarkeit der rüstung gerade ein bisschen schonen möchte genau hier schadet es auch nicht wenn man zuerst die rüstung also das ist mein erstes mal wo ich hier die gebietsoperationen mache und was hier hilft sind zum beispiel wenn zwei schwertkämpfer dabei sind oder die wo schwerter nutzen weil man muss erst die rüstung kaputt machen und danach kann man mit flammenwerfer wie man sieht dass ein blaues schild das erst mit dem sagt es mir mit dem schwert oder sägeklinge was man gerade parat hat erst runter machen ich bin natürlich unvorbereitet und habe es vergessen ich hoffe dass ihr das nicht vergesst und genau am besten machen zwei das schild runter und zwei greifen mit flammenwerfer an und ich könnte euch einfach hier das video anschauen wie dann sehr also ich glaube ohne diese barrikaden trick wird es echt fast sehr schwierig den boss zu töten und man will ja einiges an haltbarkeit schonen und genau ich wünsche euch dann wie immer viel spaß und ich wie schon gesagt werde die zeitstempel machen und wünsche euch viel spaß und viel erfolg und natürlich hoffe ich wünsche euch dass ihr sehr gute mods bekommt bekommt genau also viel spaß und viel erfolg und fischte genau und viel spaß mit dem video bis zum nächsten mal hollywood perfect ain't got no place to call my own feels like i'm better off alone so sad inside and hopeless these hollywood hoes never notice you're gone girl i miss you i thought i can't get back to you're gone girl i miss you somehow i woke up out in beverly fucked up smelling like that bourbon and i hang up alone i'm not certain yeah the girls are polite in the club every night that's how it goes when you hollywood person hollywood person hollywood person hollywood person hollywood person Das war's für heute. 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 Hollywood, perfect. Das war's für heute. Hollywood, perfect. Hollywood, perfect. Das war's für heute. Das war's für heute. Hollywood, perfect. Hollywood, perfect. Hollywood, perfect. Somehow, perfect. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung 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 des ZDF, 2020